Sie haben von Temu gehört und fragen sich, ob es eine zuverlässige Seite ist und ob die Lieferung schnell genug ist. In diesem Video werde ich Ihnen meine Meinung über Temu nach einigen Wochen, der Nutzung und mehreren Bestellungen mitteilen. Zunächst einmal erwähnt Temu die Sicherheit der Privatsphäre, sichere Zahlungen und eine Liefergarantie. Dies sind Punkte, die ich an Temu besonders schätze. Zweitens, wie sind Sie in der Lage, so konkurrenzfähige Preise zu haben? Das liegt daran, dass Sie die Kunden direkt mit den Produzenten in Kontakt bringen und so die höchste Kosteneffizienz bieten, indem Sie die vielen Zwischenhändler ausschalten. Die Kunden profitieren also von Großhandelspreisen. Im Gegensatz zu den üblichen Supermärkten oder Webseiten werden die auf Temu verkauften Produkte direkt von den Erzeugern gekauft, ohne Zwischenhändler, die eine Marge hinzufügen. Ja, es sind Produkte, die in China hergestellt werden, wie die meisten Produkte, die wir heute verwenden, aber das ermöglicht die gleiche Qualität, die Sie gewohnt sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Lieferung. Da ich selbst und auch Freunde mehrere Bestellungen aufgegeben haben, kann ich sagen, dass die durchschnittliche Lieferzeit maximal zwei Wochen beträgt und selten bis zu drei Wochen. Wenn Sie bereit sind, weniger zu bezahlen und etwas länger zu warten, kann Ihre Bestellung innerhalb einer Woche ankommen, maximal innerhalb von zwei bis drei Wochen. Temu bietet außerdem mehrere Sicherheitsgarantien, was sehr geschätzt wird. Der Versand ist bei einigen Artikeln kostenlos und die Rückgabe innerhalb von 90 Tagen ist kostenlos, was ein großer Vorteil ist. Darüber hinaus stellen Sie einen kostenlosen 100-Euro-Gutschein zur Verfügung, der in der Beschreibung dieses Videos zu finden ist. Mit meinem Code oder indem Sie auf den Link in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar klicken, kommen Sie in den Genuss dieses 100-Euro-Gutscheins für Temu. Die Nutzung ist ganz einfach. Gehen Sie in die Beschreibung, klicken Sie auf den Link, laden Sie die Temu-App herunter und Sie können diese 100-Euro-Guthaben bei jeder Bestellung einlösen. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Darüber hinaus stellen Sie einen Gratisartikel zur Verfügung. Das ist ein zufälliger Artikel für jede Person, die auf den Link klickt. Ich zum Beispiel habe ein Hundebett erhalten. Vielleicht bekommen Sie nicht etwas, das Sie interessiert, aber es ist trotzdem vorteilhaft, vor allem, weil es kostenlos ist. Kurz gesagt, alle Informationen finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Zusammenfassend ist meine Meinung zu Temu im Jahr 2024 bis 2025 einfach. Ich validiere. Nach mehreren Bestellungen, die ich selbst und Personen aus meinem Umfeld getätigt haben, sowie Rückmeldungen über die Qualität der Produkte, sprechen die Meinungen für sich. Es ist selten, dass Produkte mit weniger als vier Sternen bewertet werden. Und man kann dank Temu ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis feststellen. Temu ist auf dem besten Weg in den nächsten Jahren, die beste Plattform für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zu werden. So, jetzt haben Sie meine Meinung zu Temu im Jahr 2024 bis 2025. Wenn Sie daran interessiert sind, diesen 100-Euro-Bonus und Ihren Gratisartikel zu erhalten, nutzen Sie den Link in der Beschreibung dieses Videos. Bis bald!